Herzlich Willkommen bei bevini.de. Mein Name ist Adrian Held und bei uns ist heute Kaffeezeit. Und zwar habe ich mir hier in meine schöne Kanne etwas Eis reingegeben und darin wollen wir unseren Kaffee zubereiten, das heißt White Russian und Black Russian. Wir haben zwei ganz tolle Produkte, das heißt einmal den Sidamo Mokka Kaffee Geist von der deutschen Spiritosenmanufaktur. Das ersetzt für uns den Wodka, ist natürlich eine ganz andere Liga, das ist High End. Und Kalua bleibt wie sonst auch erhalten, das heißt wir fangen an das Ganze hier in unsere eisgekühlte Kanne zu geben. So, wir haben etwas Sahne, die geben wir hier rein. Die wird jetzt sozusagen ohne Eis geshakt. Die soll schön schaumig werden, aber nicht steif. Dann geben wir unseren Kaffee hinein. So und fertig sind zwei wunderbare Varianten dieses Klassikers. Einmal ganz klassisch geschichtet und einmal pur. Das ist wirklich für Kaffeeliebhaber glaube ich ein absolutes Highlight. von uns gracefully, in apprent mit Lруш zu werden. Von uns des Kaffee milesника Kaffee